Jeder Mensch hat Träume, die er verwirklichen möchte. Ich hatte eine Menge. Mein größter Traum war das Abenteuer. Schon als Teenager suchte ich danach. Die Suche führte mich an geheimnisvolle, wildromantische. Unheimliche, exotische und entlegene Orte, aber auch in Gefahren. Mein Leben stand immer wieder auf dem Spiel und dennoch, was mir auch zustieß, ich konnte mich in Sicherheit bringen. Als E-Book und Taschenbuch erhältlich.